Moin und hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. Unser heutiges Thema ist Klingeln. Nee. André? Ja, die Frage, ob man jetzt eine Klingel an so ein Sportgerät dran machen möchte oder nicht, das ist halt eine Diskussion, die immer mal wieder aufploppt. Ich persönlich finde, wenn man im Straßen- und Stadtverkehr unterwegs ist, sollte man ein Schallzeichen an seinem Fahrrad haben. Egal, ich will das gar nicht weiter diskutieren. Sondern dieses Video richtet sich an alle Leute, die eine gute und einfache und sinnvolle Lösung suchen, wie sie an ihren Dropbar eine Klingel kriegen, mit der sie klingeln können, ohne aus den Hoods umgreifen zu müssen, wenn es brenzlig wird. Und ich will das gar nicht weiter diskutieren. Und ich will das gar nicht weiter diskutieren. Hier seht ihr nun mal eine Auswahl der verschiedenen Modelle, beziehungsweise der verschiedenen Varianten des selben Modells. Der Klingel von der Firma Crane Belt CO Limited. Komplizierter Name, die kommen aus Japan und die bauen, seitdem es sie gibt, Qualitätsklingeln. Ja, Qualitätsklingeln. Was soll das überhaupt bedeuten? Also am Ende soll es ja nur ein Geräusch machen. Naja, ganz abgesehen davon, dass die Verarbeitung top ist, das werde ich auch gleich nochmal im Video zeigen, ist einer der größten Unterschiede zu anderen Herstellern, dass die Klingeln aus Messing gefertigt werden. Und eine der besonderen Eigenschaften von Messing, ich meine Messing ist nicht gleich Messing, es gibt zig verschiedene Legierungen, aber eine besondere Eigenschaft von diesem Messing ist, dass auch bei Temperaturschwankungen, also auch bei irgendwie 4 Grad oder Minustemperaturen, die Klingel immer noch sehr laut ist. Das gibt es bei anderen Klingeln aus Metall manchmal, dass sie gerade im Winter auf einmal nicht mehr so richtig zünden wollen. Die Verarbeitung finde ich deshalb so super. Ich habe die schon getestet, hier gibt es einen Ausschnitt. Ich war damit im Gelände unterwegs, es klappert und rappelt nichts. Egal wie holprig es wird, egal wie schotterig der Weg ist, hier sieht man das vielleicht ganz gut, da ist eine relativ starke Feder drin. Und wenn ich nur so ganz leicht daran rumtippe, passiert gar nichts. Und im Gelände, wenn das Fahrrad sich bewegt, bewegt sich an der Klingel nichts. Ich muss schon sehr bewusst hier einmal draufdrücken, um die Klingel auszulösen. Und da kommen wir auch schon zum Klang. Also der Klang ist auf jeden Fall in einer verhältnismäßig angenehmen Frequenz, aber trotzdem sehr prägnant, dass er sich durchsetzen kann. Eine gute Lautstärke und auch einen langen Nachklang. Dieser lange Nachklang ist vor allem dann wichtig, wenn Passanten oder andere Beteiligte sich umdrehen, um zu gucken, wo das Geräusch genau herkam, dass sie immer noch ungefähr hören können, aus welcher Richtung das Ganze kam. Bisher gab es von Crane diese Klingel hier, die Ene. Und die lässt sich so ziemlich an jedem Lenker montieren. Auch schon ein super Teil. Der neue große Vorteil bei der Ene SBR, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, oder E-N-E-S-B-R, keine Ahnung, was sie sich bei diesem Namen gedacht haben. Der große Vorteil ist, dass ihr sie am Dropper montieren könnt. Und zwar so, dass ihr die Hand aus dem Hood nicht rausnehmen müsst. Das zeige ich euch jetzt gleich, wie sie montiert wird. Das ist auch super einfach. Es ist einfach super praktisch, wenn die Situation mal eng und brenzlig wird, dass ihr nicht noch in die Mitte vom Lenker greifen müsst, sondern schön eure Hände an dem Bremsen oder an der Schaltung lassen könnt und einfach mit dem Daumen die Klingel auslösen könnt. Die Klingeln passen an Lenker mit bis zu 35 mm Durchmesser. Und dieser Dome hier, also die Klingel selbst, hat einen Durchmesser von 37 mm. Dabei sind die Klingeln, egal welche Farbe sie haben, alle aus Messing. Und es gibt einmal die Varianten in Chrom, pures Messing, so ein bisschen Bronze, matte schwarz und chrome black. Die habe ich jetzt halt nicht mehr hier, weil die hatte ich auf mein Fahrrad geschraubt. Die seht ihr halt hier in diesem Video-Ausschnitt. So, jetzt bringen wir mal eine Klingel ans Cockpit an. Ich nehme mal hier die matt-schwarze. Viele Cockpits sind einfach sehr dunkel gehalten und da passt sie auf jeden Fall gut dran. Wir packen die Klingel dann einmal aus. Ziemlich simple Verpackung. Ich habe hier im Lieferumfang noch zwei weitere Schrauben, die ein bisschen länger sind. Wenn man einen dickeren Lenker hat, dann kann man die gebrauchen. So, direkt ausgepackt. Also ich habe hier an Werkzeug einmal einen 2,5er Innensechskant und hier einmal einen Drehmomentschlüssel. Die Montage ist wie bei anderen Sachen, die ihr an euren Lenker macht, denkbar einfach. Ihr habt hier diese Klemme, die hat so eine Riffelung. Das ist extra dafür da, dass ihr es am Lenkerband festmacht. Und natürlich, je nachdem, wie dick euer Lenkerband ist, ob das gummiert ist oder aus einem anderen Material, muss man das halt, ja, verschieden stramm annehmen. Man muss vielleicht auch in Kauf nehmen, dass man eine Druckstelle ins Lenkerband kriegt. Aber am Ende ist das, glaube ich, nicht so wild. Also ich meine, Lenkerband kann man eh relativ schnell auswechseln. Sollte man vielleicht auch alle paar Jahre mal machen, damit sich da nicht so viel Dreck ansammelt. Ich löse jetzt erstmal hier die beiden Schrauben. So, für alle, die sich jetzt gefreut haben oder für alle Linkshänder draußen, die sich gefreut haben, so wie ich, hey, dann kann ich das ja auch an der anderen Seite anbringen. Das geht leider nicht. Also selbst, ich kann das hier lösen und kann die ganze Klingel andersrum hier auf diese Schiene machen. Aber dann hängt sie halt nach unten weg und da muss ich auch wieder mit dem Daumen super weit runter. Also bringt es gar nichts. Am Ende, als Linkshänder sage ich selber, darf man sich halt vielleicht nicht so anstellen. Es gibt viel schwierigere Dinge, die man als Linkshänder bewältigt kriegt, als eine Klingel mit der rechten Hand zu bedienen. Das kriegt also jeder hin. Ja, man kann sich leider nicht aussuchen. Am Ende kommt das Ding auf die rechte Seite. Gucken wir mal, dass wir hier den Ring so drum machen. Und vielleicht brauchen wir hier auch schon die größeren Schrauben. Die Schrauben kommen von außen rein, damit ich da einfach mit der Hand nicht dran hängen bleibe. Dann drücke ich das hier gleichmäßig zusammen. Gucke, dass die Klingel auf der richtigen Position sitzt. Gucke, dass ich die gleichmäßig anziehe. Einmal testen, bevor ich jetzt kann ich sie noch so ein bisschen bewegen. So, dass ich hier vielleicht ein bisschen Daumenfreiheit habe, so ein bisschen nach außen rausgedreht. Ich bin in meinem Video mit Handschuhen gefahren. Am Anfang war es ein bisschen eng, aber man gewöhnt sich recht schnell daran, dass dann hier noch was hängt. Dann ziehen wir das mal weiter fest. Immer schön gleichmäßig. Ich habe den Drehmomentschlüssel auf 2,5 Newton eingestellt. Newtonmeter. Denn als ich das erst mal zum Testen sie angebaut habe, war ich ein bisschen zu schüchtern beim Festziehen. Und dann ist sie mir tatsächlich während der Fahrt irgendwann ein bisschen runtergerutscht. Ich hatte zum Glück Werkzeug dabei und konnte sie nachziehen. So, wir haben die Klingel jetzt hier montiert. Also, sie stört nicht, wenn man unten in die Drops geht. Sie stört auf gar keinen Fall, wenn man oben in den Hoods ist. Vielleicht, wenn man Handschuhe anhat, hier bei der Daumenfreiheit, muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Aber man ist wirklich schnell hier auf dem Auslöser. Das hat mich auf jeden Fall überzeugt bei meiner Testfahrt. Ja, und mehr gibt es zu diesem Produkt eigentlich nicht zu sagen. Also für alle, die sich eine Klingel wünschen für ihren Dropper, den sie aus den Hoods auslösen können, hier ist die Lösung. geil, geil, geil. Auf einmal läuft, oder? Ja, auf einmal läuft. Geil. Wir haben dieses Video schon viermal, nee, dreimal. Zweimal komplett, nee, anderthalbmal komplett aufgezeichnet, das dritte Mal ist das Intro machen. Das ist bitter. Das ist bitter. Aber jetzt, wir wissen genau, wie es jetzt losgeht. Genau, alle guten Dinge sind drei. Ja, okay. Ohne aus den Hoods umgreifen zu müssen, wenn es brenzlig wird. Das ist ein super Pädagoge einfach. Oh. Also ich bin dafür, dass jeder ein Schaltzeichen haben sollte. Echt? Guck mal auf mein T-Shirt an. Spießerschwein. Auslösen, um die Klingel auszulösen. Ich muss schon sehr bewusst hier einmal draufdrücken, um die Klingel auszulösen. Und dann, um die Klingel auszulösen. Und dann, um die Klingel auszulösen. Und dann,